Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Turok-Karte. So, ich möchte noch gerne einen Schlüsselstein finden, also einen Schlüssel, ich sag immer Schlüsselstein, einen Schlüssel möchte ich gerne finden und ich glaube zu wissen, wo wir denn herkriegen werden. Wow, Baller, 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 Mann. Aha, das geht so nicht. Vielleicht kriegen wir dich klein. Ja, das ist schon mal gut. Dann vielleicht dich noch. Passt. Sehr fein. Kontrollepunkt, weil da hinten war man nämlich noch nicht. Wow. So, du bist auch da hinten. Du bist auch wieder so ein Gratler. Passt, der ist auch hin. So, also ein Steinchen, also ein Schlüsselchen, ich sag immer Stein. Entschuldigung. Einen Stein müssen wir noch finden, also Schlüssel, ich sag immer Stein. Einen Schlüssel müssen wir noch finden, Herrschaftszeiten. Und, warte, ich tu mal die Karte weg. So, und dann sind wir hier derweil auch schon wieder fertig. Oh, rück. Oh, rück. Volles Leben, wie schön. Ich erfreue mir. Halt, da haben wir noch was. Pusch, psch, 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 psch. Pusch, psch, psch, psch. Da drüben ist auch noch ein Gratler. Sehr gut. Polizienchen. Das kann man immer brauchen. So, jetzt ist die Frage. Da entlang? Oder drüben entlang? Drüben entlang. Da kommen wir scheinbar wieder zurück. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Also, wow. Servus, Gratler. Passt, der ist einmal erledigt. Bau, 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 bau. Aha, da schießt... Ah, da schießt schon jemand. Bam, 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 bam. Was? Der ist ja nicht. Was? Aua. Woden. Werden. Da. Oder was? Ach so, von da oben könnte auch jemand ballern, ne? Schauen wir mal, was wir da oben haben. Genau, klar. Geh weg. Stirb weg. Geht ja. Geh weg, stirb weg. Mach weg. Du weg. Bleib weg. Hui. Passt, funktioniert. Lauf jetzt hier nur mal... Oh, oh, oh je. Oh je, Madonna. Du liebe Zeit. Aha. Bau, 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 bau. Bau, bau. Erledigt, erledigt. Schön. Die mach ich gern kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, war hier nicht irgendwas? Nein, hier ist noch Munition. Die mach ich ehrlich gesagt gern kaputt. Die sind mir wirklich sympathischer, wenn sie verstorben sind. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ach so, eine Fackel. Da oben haben wir noch Munition. Die können wir theoretisch stehen lassen. Äh. Das war gleich ein Fehler, dass ich runtergefallen bin. Oh Gott. Irgendwie hab ich da grad'n Baum kaputt gemacht. Ja, sieh jetzt mir her. Du blödes Granatenscheiß-Ding. Schau. Ja, gibt's ja nicht. Hallo? Ich bin ja gar nicht so nah dran. Das kann ich nicht... Oh Gott. Ist jetzt endlich mal hin. Geht ja. Voll unfair, eh. Dass man da so viel Damage kriegt. So. Vielleicht liege ich's ja wieder, ne? Das ist ja eigentlich dasselbe Sprunggeschichtel wie vorher. Jawohl. Schau. Tada. Supi. Aber hier rüberspringen. Schau geht echt. Haha. Ho. Ha. Hi. Cool. Aber ja. Scheide sein. Wieder hängen bleiben. Ich glaub, ich spiel. Ist er hin? Geil. Wusch wusch. Wah. Dinosaurier. Hilfe. Hilfe. Jawohl. Speichern. Sehr gut. Dann nehmen wir wieder einen neuen Speicherplatz. Pass zurück. Du Gratlerviech. Du Elendiges. Geht ja. So. Das nehmen wir auch mit. Ein Gratlerviech. Schön. Haben wir gerade was zum Speichern gefunden. Es wäre noch schön, wenn wir was zum Heilen finden würden. Achso. Oder wäre es auch raufgegangen. Lol. Okay. Äh. U. A. I. A. U. Darüben ist wieder so ein richtig fieser Kerl. Aha. Der spawnt wieder. Wie schön. Da hast du Heilen. Das ist sehr gut. Da kann man leider nicht tauchen. Macht nichts dabei. Hauptsache es ist wirklich ein Plus. Das ist mehr gesagt wichtiger. Sehr viel wichtiger. So. Der ist verreckt. Das ist sehr löblich. Der muss auch mal schnell probieren. Na sag einmal. Der hält da was aus. Gut. Da hast du Plus. Okay. Wow. Ich habe mal Plus zu dem Heildingens gesagt. Oh. Aha. Mhm. Das schaut auch sehr ungesund aus. Au. 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 Kackviech. Okay. Wo geht es da lang? Bitteschön. Achso. Zu einer Rüstung. Er ist dich schon mal kaputt. Na würdest du? Das ist gerade lustig. Entschuldigung. Sind das alle? Aha. Achso. Achso. Da sind wir. Okay. Oh je. Mhm. Aha. Okay. Aha. Das heißt ich muss von da irgendwie dann raufhüpfen. Sozusagen. Wie komme ich da rauf? Ja. Hübs. Ah. Hier. Wahrscheinlich. Ja. Aha. Okay. Warte kurz. Stopp. Nicht zu schnell. Langsam. Wow. Langsam. Langsam. Passt. Sehr gut. Aha. Aha. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Wow. Was? Nein. Das haben wir nicht gewusst, dass das runter geht. Hahaha. Mit Zeit. Das ist ja gemein. Das geht mit Zeit. Was ist das? Hier. Was sind hier so viele Wege? Hübs. Minigun. Okay. Jawohl. Rüstung. Oh Gott. Jawohl. Wir haben alles. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aha. Okay. Nur Glück gehabt. So. Dann haben wir hier was ganzes Komisches. Ich möchte gerne auch mal... Na, lassen wir mal die Waffe hier. So ein Gratler. Wahrscheinlich sind wir so ein Triffen nicht oder... Triffen glaube ich nicht, ne? Alter. Da war ich natürlich drauf. Leben. Toll. Wusch, wusch. Leben für später. Gut. Dann würde ich sagen... Hier gleich, ne? Oh. Oh. Das war falsch. Was soll ich denn das wissen, bitte? Okay. Der ist... Wow. Der ist falsch. Alles klar. Der ist verkehrt. Dann probieren wir den nächsten. Gleich mal so. Aha. Der ist auch falsch. Das machen die doch mit Absicht, oder? Kann man irgendwo speichern? Ich glaube, man konnte speichern, ne? Scheiße. Wo war denn das? Toll war. Soll ich denn wissen, welcher der Richtige ist? Aha. Okay. Der war schon mal nicht verkehrt. Der war sogar mehr als gut. Das doof ist nur, dass wir jetzt gerade eine Rüstung anhaben, ne? Geht die Munition auch mit? Ja. Eigentlich schon. Ja. Und drehen. Äh. Aha. Sind wir schon voll, oder wie? Okay. 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 Da müssen wir jetzt runter, oder wie? Schaut dem nach so aus. Oh Gott. Okay. 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 Wow. Wir können speichern. Oh, wie schön. Ich werde aber einen zweiten Platz diesmal nehmen. Was? Der ist auch erledigt. Au. Oh, mach nur. Ja, ja. Was denn? Hallo? Ja, ja. Klar. Alter, alter, alter. Du Gratler. Passt. Passt. Der müsste nochmal aufpassen. So, das ist nur die Frage. Aha. Was gibt's hier? Das ist nur die Frage. Der Portal. Achso. Versteh schon. Okay. Okay, ein. Aha. Toll, das geht nicht rum. Das geht nicht rum, netz. Ja. Ja. Ja, wie ist es? Ihr Viecher geht es mehr und geht feindlich auf den Keks. Na, toll. Boah, ey, ich bin immer zu spät. Na, komm, ey. Na, komm. Na, das gibt's ja nicht. Ich komm jedes Mal zu spät. Ah, das ist der falsche Schalter. Was willst denn du von mir? Ah, okay. Jaja, du mich auch. Das gibt's ja echt nicht, oder? Jetzt geht der hinten wieder runter. Mann, ey. Jaja. Das ist nur... Das ist mit... Die machen das mit Absicht. Hm. Jetzt aber. Geht ja. Geh, sterben. Geht ja. Haben wir da irgendwas? Nö. Was ist denn das hier schon wieder? Ist das tödlich? Ah, das... Aha. Eine Wassersäule. Aha. Boah. Ganz sachte. Ja, und jetzt? Ach, hochschwimmen einfach. Mhm. Ja, hör auf zu ballern, du Kerl. Das ist auch eine interessante Idee. Na, und jetzt? Willi raus. Geht's nicht. Mhm. Warum nicht? Aha. So geht's raus. Okay. Puh. 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 So. Oh, sehr schön. Gut. Aha. Hüpfen wir da. Es ist jetzt so Mäuse-Melking, oder? Wow. Und jetzt da? Wohin? Darüber? Ich hab keine Ahnung. Hü-Hüpf. Hü-Hüpf. Auf jeden Fall wäre irgendwas zum Speichern nicht schlecht. Ganz ehrlich gesagt. Für dich halt. Aha. Darüber? Wir hüpfen am besten so. 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 Ah ja. Volles Leben. Wie passend. Wie passend. Jetzt sind wir wieder da. Wow, cool. Ich hab jetzt aber keine Ahnung. Haben wir jetzt... Haben wir jetzt drei Schlüssel? Nee, oder? Das hab ich jetzt... Warte, ich bin voll vorbeigelaufen. Ey, ich will nochmal kurz raus speichern und so. Volles Leben und das alles, ne? Da rentiert sich. Da hab ich jetzt wieder was verkehrt gemacht, glaub ich, ne? Schlüssel. Vierer. Tatsächlich, mir fehlt einer. Oh. Dass der da jetzt nicht dabei war, bei dem großen Umweg. Dann hab ich sicher wieder irgendwie übersehen. Ich geh auf jeden Fall mal speichern. Allein schon, dass man das alles... Dass man die Gegner hier besiegt haben. Und so weiter. Das ist ja schon mal speicherungswürdig. So. Dann gehen wir nochmal rein. Das müsste entweder der erste oder der letzte Schlüssel irgendwie so sein, ne? Die zwei haben wir ja. Hm. Bin ich echt überfragt. Na, ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich nur... Aber es muss schon da drüben sein, glaube ich, würde ich jetzt mal meinen. Das gibt's ja fast nicht anders. In dem Bereich da drüben waren wir nämlich damals noch nicht. Also vorhin, so muss ich sagen. Was halt sein kann, ist, da drüber zu hüpfen. Warte mal ganz kurz. Ah, cool. Jawohl. Und da drüber hüpfen. Das klappt doch nie, oder? Aha. Aha. Ach du Heilige. Und dann, wenn ich da unten bin... Ja. Und jetzt? Komme ich auch nicht da rüber, oder? Eben. Ja, bin ich auch zufrieden. Boah, das bin ich gerade im Überlegen. Weißt du was? Das können wir nochmal speichern. Das können wir nochmal speichern. Das ist sie im Leben, bitte. Das habe ich noch nie gehabt, so viel. Gehen wir nochmal fix speichern. Wie kommen wir denn da rüber? Das muss auch über ein Portal gehen. Und da drüben wird wahrscheinlich der letzte Schlüssel sein. Kann ich mir zumindest schon vorstellen. Hui, hui, hui. Sauber gemacht. Schnell speichern gehen. Das ist mir wichtig. Echt so, so viele Leben, die haben wir noch nie gehabt. Ja. Das ist mir echt wichtig, das zu speichern. So. Und fortsetzen. Äh, ich muss auf die Uhr schauen. Entschuldigung. Ähm, wir müssen mit 8 und... Oh Gott, der Part, na, nicht im Ernst jetzt, oder? 18, 28, 38. Ist echt schon wieder vorbei, der Part. Boah, ist das grob. Naja, dann müssen wir das im nächsten Part machen. Na ja, okay. Schade. Schon wieder vorbei. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.